Wer Weihnachten nicht so gerne mit seiner Verwandtschaft verbringen will, kann sich beim X-Mas Rock abreagieren. In der Schlosserei in Weiher lassen die Rockbands Scotch und Hörst am 25. Dezember ab 20 Uhr eine Party steigen. Mit 10 Euro Eintritt bist du dabei. Wer sich für andere Kulturen, Kommunikation und Austausch interessiert, sollte das interkulturelle Frauencafé in Amstetten nicht versäumen. Am 21. Dezember von 9 bis halb 11 lädt die Frauenberatung Mostviertel am Hauptplatz 21 zum gemütlichen Gespräch ein. Anmeldungen bei dieser Frauenberatung ist erwünscht. Kulturfreunde kommen ab sofort wieder auf ihre Kosten, sofern sie geimpft oder genesen sind. In St. Pölten gibt es wieder Aufführungen im Landestheater. Auch das Museum Niederösterreich mit dem Haus der Geschichte und der Natur ist wieder einen Ausflug wert.